Aufgebaut, der Mann aus Frankreich, der schnell war im ersten Lauf. Jean-Marie Almarin ist das. Ich bin in Porsche 935. Da war ich nix. Jean-Marie Almarin. An der dritten Stelle gewesen im ersten Rennlauf. Und jetzt werden wir schauen. Die Franzosen, die haben ja wieder gemacht. Die Franzosen, die haben ja wieder ausgezeichnet. Der nächste ist 251. Die Franzosen, die ist endlich. Auf dieser Stadt, die Franzosen, die haben ja vorher hier im Rennhof. Rital, den Berg, die Ferne unterwegs. 108 bis auf dieser solide Berg. Nach längere Zeit unterwegs. Vielen Dank für's Zuschauen.